So, hallo und alle zu einem neuen Video und heute gibt es mal wieder etwas ganz spezielles, nämlich Lifehacks in Minecraft, Sachen, die euch das Spiel erleichtern, kleine Tricks, die man oftmals sich anwendet, die einen aber die Arbeit erleichtern. Und hey, mir ist aufgefallen, viele meiner Zuschauer sind gar keine Abonnenten. Falls das bei dir der Fall ist, dann solltest du das in Erwägung ziehen, denn du bekommst mir dafür eine Million Diamanten. Also ich werde eine Map bauen mit einer Million Diamanten, die du dir dann runterladen kannst. Ist doch mal ein Angebot. So, und jetzt legen wir los mit den heutigen Lifehacks, die euch das Spiel erleichtern werden. Kommen wir zum ersten Problem. Du suchst eine Höhle, kannst aber keine finden, weil irgendeine Ravines oder irgendwelche Eingänge sind. Ganz einfach, dann nehm eine Chorus Fruit und ess die. Okay, und mit etwas Glück, ja, wirst du ja in verschiedene Richtungen teleportiert. Und es kann natürlich auch sein, dass du in entsprechende Richtung unterirdisch teleportiert wirst. Naja, dauert halt ein kleiner Moment. Man kann sie auch essen, wenn man voll ist. Aha, ich bin in eine Höhle rein teleportiert worden. Einfach so, durch ein paar Chorus Fruits essen. Ja, da war wohl eine Höhle in der Nähe. Und wir haben diese entdeckt, ohne selbst einen Eingang graben zu müssen. Gut, ein bisschen Pech, dass man es hier sehen kann. Aber das funktioniert auch generell. Falls ihr Höhlen sucht, aber gerade keine findet oder wisst, wo das ist, durch die Gegend laufen. Chorus Fruits essen, die kosten ja nisch. Und schwupps werdet ihr, eventuell nach unten teleportiert, direkt in die Höhle rein. Dann ein relativ alter Trick. Ich benutze ihn aber nicht, dafür bin ich immer zu faul. Aber irgendwie ist er doch nützlich und gehört in so ein Video auf jeden Fall mit rein. Wenn man Tiere tötet, bekommt man von diesen Essen. Wenn man Tiere tötet, die angezündet werden und brennen, muss man auf den Boden klicken mit dem Feuerzeug. Na komm schon, steht genau auf dem einen Block natürlich drauf. Ich kann es nicht einklicken, weil die Sau drauf steht. So, brennt jetzt. Und ein brennendes Tier, was geschlachtet wird, lässt auch gebratenes Fleisch stoppen. Das gilt für Hühner, für Schafe, für alle möglichen anderen Tiere auch. Testet es aus, ist nützlich. Ab einer gewissen Höhe kriegt man Fallschaden. Und ab einer anderen gewissen Höhe stirbt man einfach. Und wenn ich jetzt mal testweise runterhüffe, hat mich das fast geklatscht. Ich habe ungefähr so 8 Herzen oder so verloren. Bin praktisch hier auf das Bücherregal gesprungen. Von da oben, von der Klippe runter. Und gut, kann eben essen. Ich gehe wieder in den Game 1. Und fliege ein bisschen weiter nach oben. Das waren so 20 Blöcke oder sowas in den Dreh. Jetzt gehe ich mal auf das Höllenportal. Komplett nach oben. Was passiert, wenn ich hier runterspringe? Richtig, ich sterbe. Oder auch nicht. Ich habe nichts besonderes im Inventar dafür, hätte ich jetzt gedacht. Ich gehe einfach mal und falle. Hui. Jupp. Das hat nur 4 Herzensschaden abgezogen. Habt ihr es gesehen? Nur 4 Herzen. Heuballen oder generell Heu, falls sie platziert werden, federn Fallschaden massiv ab. Um 70% oder sowas habe ich mir irgendwo ausgesucht. Also, in einem, ja, in einer, wie soll ich sagen, Feuerwehrleiter, wo ihr runterhüpft, oder in eurem Notausgang, setzt auf den Boden zumindest einen Weizenblock, damit ihr da schön abgefedert werdet und keinen Schaden bekommt. Praktisch, oder? Geht es euch nicht auch ziemlich auf die Pieps, dass ihr öfters mal schlafen müsst? Der Tag in Minecraft ist gefühlt ziemlich kurz. Ständig muss man irgendwie pennen, damit wieder Tag ist. Man muss sich mit anderen Leuten einigen, wenn ihr auf einem Server spielt, dass ihr wieder Tag macht. Hin und her das ganze Prozedere, wie ihr es vielleicht aus seinen YouTube-Projekten kennt, wo wir immer spielen. Und es gibt eine einfache Möglichkeit, wie man das lösen kann. Indem wir gar keine Nacht werden lassen. Schaut euch mal die Sonne an. Die bewegt sich nicht vom Fleck. Die ist direkt an einer Stelle. Und das Ganze geht mit einem Command. Ebenso gibt es noch einen zweiten Command, der ähnlich wie dieser ist, aber auch praktisch. Komme ich gleich zu. Wie machen wir das, dass die Sonne stehen bleibt? Und nie wieder Nacht wird. Game Rule. Game Rule. Do Daylight Cycle. Und dann auf Falls. Wenn ich auf True stelle, seht ihr, die Sonne läuft weiter. Ah, sie bewegt sich. Jetzt mache ich wieder auf Falls. Und sie bleibt wieder stehen. Und bewegt sich keinen Zentimeter weiter. Ähnlich natürlich auch. Regen, Gewitter und Wetter einfach generell. Kann man ausschalten mit Slash. Game Rule. Do Weather Cycle. Damit wird es nicht mehr regnen. Also, der Wetterzyklus bleibt so, wie er ist. Wenn es halt gerade in dem Moment regnet, dann wird der Regen nie wieder aufhören. Furchtbar. Aber praktische Geschichten. Dann als nächstes auf der Liste. Du möchtest in die Hölle gehen. Hast aber keine Diamanten bisher gefunden, um dir eine Diamantspitzsacke zu machen. Oder möchtest keine Diamanten für eine Spitzsacke verschwenden. Aber trotzdem in den Nether reingehen. Es gibt eine andere Möglichkeit. Du brauchst nur einen Lavasee und einen Wassereimer. Und das war's. Und dann kann man richtig fix sich ein Portal schnell zusammenbauen. Gibt einen kleinen Trick. Schaut mal her. Eins, zwei, drei. Einfach ein paar Blöcke entfernen. Und dann einen Wassereimer nehmen. Und diesen eins, zwei, drei, vier, fünf Blöcke oben drüber platzieren, sodass er reinfließt. Wunderbar. Und jetzt einfach nur noch Lava einmal auffüllen und jeweils die Blöcke reinsetzen. Wir brauchen eins, zwei, drei, vier. Fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf. So. Wasser können wir wieder entfernen hier oben. Und schwuppdiwupp. Wir haben unser Hellenportal fertig, welches wir auch anzünden können. Ging doch eigentlich recht schnell. Ich gebe mir eine Sekunde. Zack. Und es funktioniert. Ja. Zwölf einmal Lava. Lava ist in der Nähe. Wassereimer dabei. Und eine Wand. Kein Problem. Die kann man sich nur noch selbst bauen. Manchmal möchte man, warum auch immer, eine große Fläche mit Wasser ausfüllen. Ich habe jetzt beispielsweise mal hier so einen kleinen Kast gemacht. Zu welchem Zweck auch immer. Ein Schwimmbecken oder was weiß ich. Und wie geht denn das am schnellsten? Man würde meinen, man geht hin, setzt einen Eimer, macht nur eine ähnliche Wasserquelle hier so. Und dann überwählen wir den und nach den, den nach den, den nach den, nach den, nach den, nach den. Dann machen wir es auf der anderen Seite. Und dann füllt es irgendwie von alleine auf. Es gibt aber allerdings eine schnellere Methode. Wenn man einmal eine ähnliche Wasserquelle hier gemacht hat, macht man das eben hier drüben nochmal. Zack. Und jetzt läuft man in der Diagonalen über das Feld. Schaut mal hier. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Und damit hat sich das Ding von komplett alleine gefüllt. Und bei einem quadratischen Becken über die Diagonale mit Wassereimern laufen. Und es geht von ganz alleine. Okay. Außerdem. Ich denke mal, ihr würdet mir recht geben, wenn ich sage, dass man Wassereimer nicht stacken kann. Man kann die leeren Eimer stacken, aber nicht die fertigen Wassereimer. Und deswegen ist auch schon wieder die Menge limitiert, die man so mit sich rumschleppen kann. Es sei denn, man macht auch irgendwelche Wasserquellen und so weiter und so fort. Allerdings gibt es eine Möglichkeit, so viel Wasser mit sich rumzutragen, dass es schon wieder unverhältnismäßig krass ist. Und zwar mit Eisblöcken. Man kann nämlich Eisblöcke platzieren. Beispielsweise auch hier diagonal einmal rüberziehen. Und dann mit der Spitzhacke abbauen. Und jedes Mal wird dann eine Wasserquelle entstehen. Schade, da denke ich gerade hier ein bisschen, dass die Maße geändert hat. So. Alle abbauen. Und es entsteht Wasser. Richtig. Und so schnell habt ihr noch nie so ein Ding hier gefüllt. Tada. Alles voll. Gut. Weil ich jetzt hier einen Block länger gemacht habe, ging es nicht bis ganz nach Ende. Aber ich denke mal, ihr wisst, was damit gemeint ist. Und noch eine ganz wichtige Sache. Werft eure alten Holzwerkzeuge nicht weg. Diese kann man weiter im Ofen verwerten und als Brennstoff nutzen. Du kannst einfach so eine Schaufel durchheizen. Oder eine Spitzhacke. Oder auch noch ein paar andere Geschichten. Es gibt so ein paar, beispielsweise kannst du Kisten verbrennen. Und so ziemlich alles, woraus Holz oder wo Holz als Bauteil mit drin ist. Beispielsweise Notenblöcke. Kann man verheizen. Oder aber auch noch kreativer. Pilzblöcke. Die du von riesigen Pilzen mit Silk Touch abbaust. Wie da drüben. Das ist Brennstoff. Praktisch. Als nächstes eine Sache, die auch ein bisschen Gewohnheit bedarf. Bei mir hat es ein bisschen gedauert. Beispielsweise kann man ganz normal, wenn man mit dem Survival-Mode herumläuft. Sich und am Bauen ist. Sich aus dem eigenen Inventar Blöcke in die Leiste unten reinziehen. Gar nicht drin sind. Schaut mal. Ich habe Holz im Inventar. Habe allerdings hier unten meine Leiste komplett voll. Und normalerweise, wenn ich jetzt mit Holz bauen möchte. Gehe ich hin. Nehme das Holz. Tausche es aus. Gegen ein anderes Item. Und dann kann ich es setzen. Gibt auch eine andere Möglichkeit. Indem ich einfach hingehe. Und mit der mittleren Maustaste auf das Holz klicke. Und zack. Der Block, den ich gerade ausgewählt habe. Der wird dann durch das Holz ersetzt. Redstone habe ich gerade auch nicht dabei. Zack. Jetzt habe ich Redstone ausgewählt. Also habe ich den Inventar. Da lag hier oben drin. Redstone Fakkel ist oben Inventar. Jetzt ist bei mir in der Hotbar. Und das erleichtert einem wesentlich. Das Bauen ist ein bisschen Umgewöhnungsfrist. Wer schon länger spielt und das nicht benutzt hat. Aber es lohnt sich am Ende. Es spart jede Menge Zeit. Und man kann viel, viel schneller bauen und arbeiten. Dann als nächster nützlicher Tipp. Man kann sich beim Werkzeuge craften mehrere Sachen sozusagen auf einmal craften. Da sich die Crafting-Rezepte im Tisch überlagern. Beispielsweise einfach mal mit Sticks hier reingehen. Und jetzt Spitzhacke, Schaufel und Hake machen. Und jetzt einfach klick, klick, klick. Und dann hat man es durchbekommen. Und man hat alle Werkzeuge in einem Rutsch in Anführungszeichen fast durchgecraftet. Die Achse ist ein bisschen cheaty, muss ich sagen. Die kriegt man da nicht noch mit rein. Ansonsten macht man nämlich zwei Haken oder ähnliches. Oder man kann generell nicht durchklicken. Aber Spitzhacke, Hake und Schaufel kann man in komplett einem Rutsch durchcraften. Und es dauert auch nicht lang. Zack, zack, zack. Und man hat alle durchgezogen. Das waren jetzt zehn kleine Lifehacks, die euch hoffentlich etwas den Spielalltag erleichtern werden. Falls ich noch weitere Ideen habe, werde ich dazu noch weitere Videos machen. Und ergänze es vielleicht so ein kleines bisschen. Ansonsten ein ähnlich cooles Video findet ihr jetzt hier oben rechts bei Infokarte verlinkt. Und falls ihr generell mehr von dem Zeug sehen wollt, schaut auf meinen Kanal. Da gibt es massig von. Okay, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bis krachen und tschüss.